Und damit willkommen zurück zu Spark Challenge mit Flash Jaaa und mit gesunden Flash eher gesagt und mit Centos Ja gesunder Flash, ne ich wirklich gesund bin ich in den Kopf Ey das ist das gleiche bei dir, deswegen wollte ich eigentlich noch was anschließen Aber du hast mich ja wieder unterbrochen Ja, weil ich das gerne mache Ja, ich weiß So, ich habe koppelt Ja, so ich wollte ja nur sagen, dass ich hier mal ein bisschen Cobblestone gefahnt habe Und ein bisschen was vorbereitet habe, weil ich keinen Bock drauf hatte Machen wir mal wieder Shader an Oh ja, Shader ist eigentlich ganz geil, ganz chilliwilli Zack Und meine Mapfarben funktioniert doch schon seit letztem Mal Können wir noch nicht mehr an die Items ran, die da liegen Aber ja Äh, meinst du, warum ich unter dem Ding einen Hebel aktiviert habe? Ganz ernsthaft Ach, ich habe gesagt, scheiß drauf Ach nicht, nicht scheiß drauf Da kommt da Da ist der Kandidat und direkt Was gut ist, im Tower kannst du das wenigsten drin hell machen Leuchtet ja nicht bis ganz oben Deswegen, aber ich habe den Tower auch komplett dunkel gemacht Weil hier ist es auch dunkel So Was schlimm ist auf den Ohren, ist die Musik wieder so lauter als sie eigentlich ist Ja, ist ja nichts Neues Das weißt du doch Ja So Ja, ich weiß Hat ich Sand weggebracht Aber die Kühe muss ich auch noch unbedingt ändern Ja Ja Ja, sind so viele Kühe drin Hühner könnte ich auch noch vorbereiten für Pfeile Für den Notfall Oh, das ist ein Kühe 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 nicht 23 das habe ich auch noch mit dp haben damit und jetzt geht es auf jeden von allen die mob haben läuft das sehe ich das ist super was die läuft aber sie erfährt völlig geboten ja ganz ehrlich da hätte ich noch so lange dran gesessen das hätte zu lange gedauert ja doch ich glaube ich ihnen ich habe gesagt ja drei stunden glaube ich dran gesessen dieses solange weil ich die scheiß cold stone fahren musste und soja deswegen war das so lange das und ja das bei mir gar nicht doch jetzt das wollen sehe ich dass da was und aber es ist noch nicht so wirklich ja ich lasse einfach mal mal gucken dauert ganz schön lange bei mir jawohl jetzt jetzt geht's ab ja sobald es hell ist hier das war das richtig ja okay ich muss schlafen ich habe mich so wenig was wollen kann dann genau jetzt ich sehe nur skelette und momentan ganz viele das glätte und spinnen ja ich muss aber mit stein schwer nicht box sie nicht mit irgendwas anderem wieso nicht ist eine verschwendung warum denn das schnee ich somit so machen wir und stirbt und chest dahin hat man eine 40 wer ist gut mit doch so 16 schwerter fertig aber wir noch mehr zu müssen so 16 mann wir noch mal weg machen musste und dann muss ja nicht na dann komme ich nicht an den hinteren dann das verstehe ich noch nicht obwohl es ist eigentlich egal ich hatte jetzt jetzt noch gemacht haben dass das nicht so weit offen ist aber eigentlich ist das relativ egal ich habe dadurch ist nämlich extrem dunkel in den tower und spiele kommt runter alter creeper glitscht oder jetzt oder was ist los mit dir habe ich einfach unverschämt einfach die körper weg klatschen kann ja einfach unverschämt oder unverschämt ist einfach alles einsammeln ich brauche hier noch slabs so kriegt er meinst jetzt bei slabs her so nachfahreiten jetzt ist was dringes und jetzt hängt irgendwas unten auch spinne sollte es eigentlich nicht runterfallen aber egal eigentlich ne ja eigentlich aber ist okay das lohnt sich ich glaube die mob fahren war gar nicht schlecht für morgens noch nicht eine zu bauen aber irgendwie spakt hier etwas rum und das nun körper unten will ist ich mach das so da kann ich ihn ohne klatschen doch doch durch die stadt durch staunen ist doch du musst du das ist ja noch nicht wirklich viel drin gespawnt ich weiß ja nicht was du für eine grundfläche hast da kommt es auch immer drauf an sie kommt selber nicht aber es ist trotzdem schon recht groß da sagst du so einfach nein ist das gar nicht so groß aber nicht ich hab kein holz mehr sagt er ist nix du labisch du scheiße ne doch sag einfach nur die wahrheit so wie es ist sonst sein sollte so die ho die kann hier rein die ho die ho so die monster kann da drin spawnen und in der zeit buddel ich weiter was wollen die noch da drunter naja das passt 21x24 ist das 23x24 ja aber das ist auch ein bisschen komisch dann ne naja naja hab ich denn das scheißloch hingemacht ja trotzdem bei so ne kurz muss das trotzdem spawnen bei mir spawnen das seh ich auf der karte naja bei dir vielleicht hab ich zu viele höhen bei mir rum hmmm siehst du siehst du doch auf der karte ja nicht wirklich ja aber in der monster sind das stimmt ja wenn der monster sind dann siehst du das habe ich auch nicht gesehen aber bis jetzt sind da keine zu sehen mach grad nix produktives hängen no ich weiß was ich machen kann ich würde das mal runter gehen fahren na du machst das ja lass mal weg mit dem scheiß den ich nicht brauch und runter in die mine mach ich grad auch ein bisschen eisenfarben hab zu wenig und meine kühe facken lassen oh ja facken oh ich müsste eigentlich auch facken gehen warum geht shift nicht hallo shift rein mich verraschen ne das geht nur bei inventory tweaks hab ich doch drauf ach äh nicht inventory hier rezepte ja 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 was glaub ich nur dabei wenn du die rezepte da ist also ah ich bin der mangel ist aber da mit drin ja mein ich auch aber kennst das doch naja es ist immer so dass man das hier so genau weiß ja guck mal getreide ist gut gewachsen achso wofür getreide ich habe auch eine automatische getreide farm ne ja ja ich hatte noch ein bisschen korpus von übrig und paar pistons ja ich bin noch schnell gequervt nein unter nein unten in der hülle ich pack das rum was schäder oh nö egal weiß ich nicht weiß doch nie was irgendwie ne nö nö von dir auch skelett halten na oder nicht ne tot ist das skelett was schlaberst du für scheiße du nö oh kohle ja oh nicht mit der spitze karen das ist nicht gut ähm warte mal options video settings na komm schon sooo komm kreft 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 das bringt ja auch nicht wirklich viel was was denn hm schon wieder vor gehabt nur scheiße ne ich kenn deine äh ich kenn dich ich kenn nicht so gut die rinderlistenz runtergesetzt aber irgendwie bringt das nicht so wirklich was nein nö bringt auch nix das liegt nicht an an der grafik oder so das liegt an dem rahmen den du zu weißt 16 gigabyte ja dann schwackt das bei dir warum ja keine ahnung mhm du kannst ihm ja nicht 16 geben wenn er schon irgendwie double 2 baucher fürs system und sowas ne warte mal taskmanager was zeigt er denn an er nutzt trotzdem nur 7,2 3 gigabyte ja aber das jahr war halt ne ja kannst du nix gegen machen das stimmt auch wieder ja hi zombie was ist das leider aber das hätte sein können in dem moment wo ich hier war ja über den chunk lauter hier wie ja dann wird die farm bei mir einfach laufen wie ein chunk lauter wie ein chunk lauter einfach nur ein chunk lauter der auch so lange läuft wenn dein minecraft geschlossen ist wie auf dem server halt du fuck it wirklich bringen tut aber mir irgendwie grad gar nix deine farm dann ist die scheiße gebaut ne eigentlich nicht eigentlich ja siehst du da ist ja schon wieder das böse wort meine ist nicht scheiße gebaut so scheiße ne ja meine geht ja trotzdem ist so scheiße warum geht dann meine und deine nicht ich hab keine ahnung warum das nicht wirklich läuft ja wieso dann frag dich mal lieber zu sein in zwei chancen meine sind vier oder in vier oder in vier dann bin ich in den tower gemacht wo die runterfallen äh zwei mal zwei hm zwei mal zwei ey musst du eh wegen den spinnen aber nicht zwei mal zwei bei spinnen können die da hochklettern wieder ja und nicht ja und juckt mich nicht laberlich ist das wenigste was mich juckt oh scheinen wir unten zombies zu sein oh ja und creeper ich bin natürlich mal wieder so super vergessen ich habe mit zu nehmen du bist wieder so super mhm so ist das geil durch die karte sieht man jetzt seine strip mining ginge ja aber ich habe wieder so übertrieben ne naja ich habe auch guckt was das für ein gebilder bei mir da unten drunter ist aber ist halt nur so so ja kurz mal eine schaufel holen und dann wenn ich unten bin will ich nur mal kurz ne will ich nur mal gucken ich glaube ich brauche mindestens ein stack weizen ja bei dann bei den fab küh 그냥 wieder runter ich habe jetzt nur noch 14 12 10 9 8 7 6 ich habe die shader wieder gewechselt 5 4 jawohl ich habe ein stack weizen wegbekommen und ich kann immer noch mehr weizen verteilen ich habe zu viel kühe habe das ist auch so eine kuh so dann teilen wir das schön mal auf hier machen wir mal was machen wir denn hier was du da machst 1 1 5 6 7 ist ein mp was soll das hier noch zu hause und weil da hinten nichts ausgeleuchtet ist kann ich dafür wenn man ganz kurz das gruppe und ressourcen wenn ich das eine texture pack rausnehmen und nur das feld vor dem hau und dann springen meine personen die höhe ja was jetzt mit facebook ganz ohne schweiß andere städte auf 40 jetzt also wieder ist und so langweilig und ein texture pack sollte man sollte man zumindest spielen ich halte ich habe ja ganz zeit facebook nur mit druck runter so deswegen so schmeißen wir vorne nur 30 würdest mich verarschen ist das hier runter so drei diamanten was machen war die spitzhacke oder nicht oder ein schwert obwohl das schon wieder ich ahne es ich ahne es